Ob die Muslime jetzt kein Hijab trägt oder ob sie nicht richtigen Hijab trägt, beides ist falsch. Aber natürlich sind Fehler anders als Fehler. Wenn man eine Frau anschaut und wenn man zum Beispiel ihre Schönheit betrachtet, ist es anders, als wenn man sie berührt. Und das ist anders, als wenn man sie küsst und das ist anders, als wenn man mit ihr Unzucht begeht. Deshalb Haram hat Stufen. Und eine Frau, die halb bedeckt ist und halb nicht bedeckt ist, dann ist sie halb bedeckt und halb nicht bedeckt. Und eine Frau, die sich überhaupt nicht bedeckt, das ist eine Stufe und das ist eine Stufe. Deshalb, barakallahu fikum, das geht hier nicht um zu kritisieren. Das geht darum, dass wir sagen, dass es falsch ist, diese macht Fehler und diese macht Fehler. Und beide müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten.